Warum Sanskrit lernen? Warum sollte man sich die Mühe machen, eine solche alte Sprache wie Sanskrit zu lernen? Rentiert es sich, Sanskrit zu lernen? Das sind einige Fragen, die mir gestellt wurden. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de Sanskrit ist eine uralte Sprache. Sanskrit ist eine heilige Sprache. Sanskrit ist die Sprache der Veden, die Sprache der Mantras. Sanskrit ist die Sprache des Yoga. Die meisten Yoga-Ausdrücke, die wir gebrauchen, sind eben auf Sanskrit. Warum also Sanskrit lernen? Zum einen, um die Mantras besser aussprechen zu können. Mantras wirken umso stärker, wenn du sie richtig aussprichst. Und wenn du ein paar Grundkenntnisse hast über Sanskrit, dann weißt du, wie Mantras ausgesprochen werden. Wenn du zum Beispiel weißt, dass im Sanskrit nur langes O gibt, dann wirst du nie mehr sagen OM, sondern immer nur OM. Und wenn du weißt, dass die Inder eben das Zungen-R kennen und nicht das Kehl-R, dann wirst du, sofern du das kannst, eben auch das R sprechen, das Zungen-R. Und wenn du weißt, dass es kurze A's und lange A's gibt, dann wirst du schauen, welches A ist lang und du wirst es dann lange wiederholen. Und wenn du die Grundstruktur von Sanskrit auch noch kennst, von Buchstaben und so weiter, dann fällt es dir leichter, die Mantras auszusprechen. Ja, des Weiteren, wenn du ein paar Grundlagen der Sanskrit-Sprache kennst, dann verstehst du leichter, warum und wie Worte gebildet werden. Dann weißt du zum Beispiel, Vidya ist Wissen und Avidya ist Unwissen. Aber ein langes A ist nicht das Gegenteil, ein kurzes A ist das Gegenteil, ein langes A dagegen heißt hinzu. So heißt es zum Beispiel Nanda Freude und Ananda ist das, was hin zur größten Freude führt, oder die noch größere Freude, die Glückseligkeit. Und so wirst du nie mehr Avidya sagen, nie mehr Ananda, sondern es Ananda und Avidya. Also wenn du Grundkenntnisse der Sanskrit-Sprache hast, dann wirst du die Mantras besser aussprechen können. Und wenn du mehr als nur Grundkenntnisse hast, dann gelingt es dir vielleicht auch, Worte zu bilden. Und dann verstehst du, warum aus Namas Erbietung an, Namah wird in Om Namah Shivaya oder Namoh in Om Namoh Narayanaya. Und dann können Grundkenntnisse oder mehr als Grundkenntnisse des Sanskrites auch befähigen, Schriften besser zu verstehen. Zwar gibt es schöne Übersetzungen, zum Beispiel der Bhagavad Gita ins Deutsche und auch des Yoga Sutra, aber ich habe ja Bhagavad Gita und Yoga Sutra neu übersetzt. Ich habe zumindest teilweise, ich habe Wort-für-Wort-Übersetzungen aufgenommen. Ich habe die nicht selbst gemacht, dafür hatte ich einen Indologen. Gut, im Yoga Sutra habe ich die Übersetzung noch selbst gemacht, aber für Bhagavad Gita einen Indologen, der sich sehr gut mit Yoga auskennt. Und dort konnte ich dann sehen, es gibt unglaubliche Wortspiele, die die Autoren machen. Bhagavad Gita ist nicht nur inspirierend vom Inhalt her, sondern es ist eine unglaublich wunderschöne Sprache. Und die Tiefe der Bhagavad Gita verstehst du dann mehr, wenn du Sanskrit kennst. Also ein zweiter Grund, Sanskrit zu lernen. Ein dritter Grund ist natürlich, angenommen, du gehst nach Indien und du kannst zum Beispiel Sanskrit auf Devanagari lesen, dann werden dich die Inder ganz anders behandeln. Und wenn du zum Beispiel zu einem indischen Tempel gehst, die Beschreibungen der Murtis, also der Statuen oder auch die Bezeichnung des Tempels, das ist in Indien typischerweise, mindestens in Nordindien, alles auf Devanagari, also die Schrift, in der Sanskrit geschrieben wird, dort sind Sanskrit-Wörter. Es fällt dir viel leichter, dich in Tempeln zurechtzufinden, wenn du Sanskrit gelernt hast. Also gute Gründe, Sanskrit zu lernen, auch wenn es nicht so einfach ist. Um Sanskrit zu lernen, haben wir bei Yoga Vidya Sanskrit-Seminare. Es gibt Wochenendseminare, wo du die Grundlage der Sanskrit-Sprache, des Sanskrit-Alphabets mindestens im Überblick lernst. Wir haben auch manche der neuntägigen Yoga-Lehrer-Weiterbildung, wo du die Devanagari-Schrift lernst. Und wir hoffen demnächst auch wieder längere Sanskrit-Seminare anbieten zu können, wo du in einer Woche auch die Grundlagen der Sanskrit-Sprache lernst. Dann haben wir eine Videoreihe zum Thema Sanskrit. Ich glaube, das sind insgesamt 50 oder 60 Videos, zum Teil sehr kurze, wo es mehr um die Aussprache von Mantras geht. Und wir haben auf den Yoga Vidya Seiten in wiki.yoga-vidya.de-sanskrit einen sehr profunden Sanskrit-Kurs in etwa 100 Lektionen, wo du von Grammatik, Wortbildung und vieles mehr alles lernen kannst. Vielen Dank.